Musik Wir hören die Grundsätze unseres christlichen Glaubens, wie ihn uns Dr. Martin Luther in seinem Katechismus dargelegt hat. Was bist du aus der Berufung und Gnade Gottes? Ich bin ein Christ. Was bedeutet das Wort Christ? Ein Gesalter, der sogleich in der Taufe die Salbung des Heiligen Geistes empfangen hat. Von wem führst du diesen Namen? Von meinem Herrn Jesu Christo, den Gott durch den Heiligen Geist empfangen hat. Warum führst du denn deinen Namen von Christo? Es ist der 17. Oktober des Jahres 1563, der Tag des ersten evangelischen Gottesdienstes in der Ortenburger Marktkirche. Am Nachmittag kommen die Bürger und der Graf noch einmal zur Vesper zusammen. Pfarrer Friedrich Sollestin hat zwei Buben unterwiesen, die nun in wechselndem Frage-und-Antwort-Spiel den kleinen Katechismus von Martin Luther vortragen. Das ist der Beginn der evangelischen Schule in Ortenburg. Wenige Tage später kündigt Graf Joachim in seinem Reformationsmandat die Einrichtung einer Schule an. Bildung war für ihn, genau wie für Martin Luther, eine Grundvoraussetzung des Glaubens. Wer nicht lesen kann, kann sich das Wort Gottes nicht erschließen. Das Wort Gottes aber ist der Schlüssel zum Glauben. Ein Lehrer unterrichtet die Ortenburger Kinder jeweils drei Stunden am Vormittag und am Nachmittag. Sie lernen Passagen aus der Heiligen Schrift und dem Katechismus auswendig. Sie buchstabieren jedes Wort und lernen auf diese Weise das Lesen. Von großer Bedeutung ist der Gesang. Joachim selbst legt fest, welches Kirchenlied an welchem Wochentag zu singen ist. Schule und Kirche bilden eine untrennbare Einheit. Nicht alle in der Grafschaft sind von der Errungenschaft eines geregelten Schulbetriebs überzeugt. Die Arbeitskraft der Kinder, vor allem die der Mädchen, wird zu Hause dringend benötigt. Viele Eltern nehmen das Angebot der Schule deshalb nicht wahr. Gräfin Amalie Regina beklagt im Jahr 1703 Die fast barbarische Unart der Eltern, die ihre Kinder wie das Vieh aufwachsen lassen und entweder gar nicht oder doch selten zur Schule geschickt, sondern nur zu ihrem Hausnutzen gebraucht hätten. Tatkräftig erlässt sie im gleichen Jahr eine neue Schulordnung Zur Abstellung dieses Unwesens und damit künftig hin die Kinder in christlicher Zucht und guten Sitten besser angeführt werden möchten. Von nun an gilt für alle Kinder in Ortenburg ab fünf Jahren, Buben wie Mädchen gleichermaßen, die Schulpflicht. Im bayerischen Umland wird dies erst 99 Jahre später soweit sein. Die Kinder werden von ihrem Lehrer nach individuellen Fortschritten einzeln unterrichtet, während der Rest der Klasse sich selbst beschäftigte. Der Lernpegel im Klassenzimmer ist dementsprechend hoch. Es wird buchstabiert, gesungen und gelesen. Das Lesen-Lernen steht im Vordergrund. Erst in der zweiten Klasse kommt das Schreiben hinzu. Nur wenig besonders begabte Schüler erhalten in der dritten Klasse noch Rechenunterricht. Am Ende des Schuljahres gibt der Lehrer einen knappen Leistungsbericht eines jeden Schülers an die Schulaufsicht. Am Schuljahresende entscheidet ein Generalexamen durch den Pfarrer über das Vorrücken in das nächste Schuljahr. Nicht selten bleiben weniger begabte Schüler bis ans Schulende in der ersten Klasse. Gleichzeitig mit der neuen Schulordnung führt Gräfin Amalie die Konfirmation in Ortenburg ein. Sie wird erteilt, wenn die Jugendlichen mit 12 bis 13 Jahren die Schule verlassen. Dieser kirchliche Akt führt sie damit zugleich als Erwachsene in die bürgerliche Gemeinde von Ortenburg ein. Erziehung zum Nutzen der täglichen Berufsgeschäfte und des Staates Seit der Reformation ist die Erziehung zum Glauben das Ziel der gesamten Schulbildung. Das ändert sich im Zeitalter der Aufklärung. Der Graf wünscht nun eine Erziehung zum Nutzen des täglichen Berufsgeschäfts. Die zukünftigen Bürger sollen auf das praktische Leben vorbereitet werden. Der Unterrichtsstoff beschränkt sich nun nicht mehr auf Bibel und Katechismus, Schreiben, Rechnen und sogar Geografie treten hinzu. Um alles unterzubringen, werden freie Tage gekürzt und ein zusätzliches Schuljahr eingeführt. Gleichzeitig baut der Graf 1779 ein neues Schulhaus mit zwei hellen Schulräumen und einer Lehrerwohnung. Die alte Methode des Lesenlernens mithilfe der Bibel gerät vor allem bei den jüngeren Lehrern in Kritik. In der Bevölkerung verbindet man damit jedoch ein Stück evangelische Identität. Es ist von jeher ein Vorzug der evangelischen Kirche gewesen, dass auch die gemeine Masse die Bibel lesen durfte und von Jugend auf dazu angehalten wurde. Die Sorge um die evangelische Identität wird noch größer als Ortenburg 1806 an Bayern fällt. Dem einflussreichen Minister Mongela geht es nicht um Glaubenserziehung. Er möchte, dass die bayerischen Schulen vor allem gute und nützliche Staatsbürger hervorbringen. Die Ortenburger halten jedoch an der alten Nähe von Schule und Kirche fest. Demonstrativ errichten sie im Jahr 1810 ein neues Schulhaus direkt bei der Kirche, obwohl der etwas weiter entfernt liegende Vorgängerbau noch recht jung und gut erhalten ist. Die Einweihung feiern sie unter sich. Bayerische Behördenvertreter werden nicht geladen. Evangelisch, katholisch Die Furcht vor der rein staatlich dirigierten Schule erweist sich jedoch als unberechtigt. Die Schulaufsicht liegt wie in allen bayerischen Gemeinden beim jeweiligen Ortspfarrer und der ist in Ortenburg immer noch evangelisch. Doch zunehmend ziehen auch Katholiken in den Schulsprengel. Ihre Kinder besuchen anfangs die Schulen im katholischen Umland. Nach Errichtung einer katholischen Pfarrei in Ortenburg wird 1896 auch eine eigene Schule gebaut. Wie bei den Protestanten steht sie unmittelbar neben der Kirche. Zur gleichen Zeit setzt die evangelische Gemeinde neue Zeichen im Bildungswesen. 1892 entsteht eine Konfirmandenanstalt. In diesem Internat sollen sich evangelische Kinder aus ganz Niederbayern und der Oberpfalz auf ihre Konfirmation vorbereiten können. Das gleichfalls 1892 errichtete stattliche Gebäude bildet ein bauliches Gegengewicht zu der weithin sichtbaren neuen katholischen Kirche. 30 Buben und 30 Mädchen finden in dem von Augsburger Diakonissen geleiteten Heim Platz. Sie besuchen die Klassen 6 bis 8 und werden getrennt unterrichtet. Bald darauf wird die Anstalt durch eine Haushaltungsschule für evangelische Mädchen ergänzt, die 1914 ein eigenes Schulgebäude erhält. Erziehung in evangelischer Freiheit 1938 schaffen die Nazis die Bekenntnisschulen ab. In Ortenburg werden die Kinder aller Konfessionen nun gemeinsam in den Räumen der einstigen katholischen und evangelischen Schule unterrichtet. Konfirmandenhaus und Haushaltungsschule werden 1942 beschlagnahmt. Zunächst nutzte man sie für die Kinderlandverschickung, später dienten sie als Kriegslazarett. 1950 wird die Konfirmandenanstalt wieder eröffnet. Die alte Haushaltungsschule folgt drei Jahre später und firmiert nun als evangelische Mädchenmittelschule. Die beiden 1938 aufgelösten konfessionellen Volksschulen entstehen nach dem Krieg neu. Bis 1970 besuchen evangelische und katholische Kinder wieder getrennten Unterricht und begegnen einander kaum. Erst mit der neuen Verbandsschule ändert sich das endgültig. Um die gleiche Zeit hatte sich auch das alte Konzept der Konfirmandenausbildung und der Mädchenmittelschule überlebt. Die Schülerzahlen nehmen ab. Auch die Diakonissen kämpfen mit Nachwuchsmangel in ihren Reihen. Aus den alten Strukturen entsteht schließlich eine für beide Geschlechter offene evangelische Realschule mit angeschlossenem Internat. Guten Morgen! Guten Morgen! Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Flo, liest du weiter? Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab tröst in mich. Rund 380 Schüler lernen heute hier. Seit 1980 werden die Gebäude kontinuierlich renoviert und durch Zubauten ergänzt. Im Internat stehen 96 Plätze zur Verfügung. Zusätzlich ist seit einiger Zeit auch eine offene Ganztagsschule vorhanden. Manches hat sich in 450 Jahren evangelischer Schulbildung in Ortenburg verändert. Längst werden hier nicht mehr ausschließlich evangelische Schüler unterrichtet. Das Ziel einer Erziehung zu Mündigkeit und freiem Glauben ist seit den Tagen der ersten Katechismus-Schulungen 1563 unverändert geblieben. Geblieben! Nun danken alle Gott mit Herzen, Mund und Händen, der große Ringe tut an uns und allen Händen. der uns vom Unterleid und in den Beinen an und zählst dir zu gut.